Wieso lagts? Ah, jetzt geht's. Ja, bei mir auch. Ich hab ein Attack jetzt gerade zweimal ausgeführt, aber das hat noch einmal Schaden gemacht. Kombo, Ultra-Kombo. Wieder wegrennt. Der läuft einfach in die Wand rein. Oder versucht's zumindest. Komm, Ausdauer muss sich wieder steigern. Ah, Combo von 75. Und BÄM. Einer ist tot. Bruder Eboloch Zerstörer. Bruder Eboloch Zerstörer erhalten. Bruder ist der. Große Bruder. Ich hab eine Combo von 91, der bekommt jetzt ordentlich auch die Phrase. Du bekommst aber nur mehr Schaden, wenn du durch so Linksklick Schaden machst, dann bekommst du so einen Bonus. Ich hab jetzt zum Beispiel 30er Combo und hab trotzdem 50% mehr Schaden, also 150% Schaden. Ich sammle mal alles ein. Ach nee, Mann. Sammel du mal einen und ich greif ihn an. Nein, ich greif schon an. Mein Helm ist zerbrochen? Wieso ist mein Helm zerbrochen? Du hast mich abgeworfen. Du hast mich abgeworfen. Danke. Ich mach wegen dir weniger Schaden. Find ich auch lustig. Bam. Er erschlitzt. Stimmt, ich kann ja schon einen neuen Stab anziehen. Hab ich ganz vergessen. Das klingt so dumm. Ich kann den neuen Stab anziehen. Benutzen. Greifen. Ey. Und das Geschenk kann ich auch wieder aufmachen. Ich hab die Kristallschleuder bekommen. Ich hab diese ganze Schleuder scheiße überhaupt nicht. Ich guck mal im AH wieviel das kostet. Kristallschleuder kannst du bei der Scheiler abgeben. Für ne Quest und dann kommst du wieder ein Z-Teil. Das für mich zu schwer ist, weil das leichtere ist. Das ist ein Teil von der Seite. Ich hab den Arsch. Das vielleicht nicht. Das hat... Habe ich nicht hin? Da. Oha. SSS, 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 SSS. BBB. Das hat... Strange, Aggie und kritische Verteidigung. Windplattenhandschuhe. Ja Bullshit. Bullshit. Ich kenn die schon. 71,96 Prozent Schaden beim Boss. So. Ich verteil jetzt meine Punkte. Ich auch. Lanaschild. Und ich nehme... Achso. Meisterschaft der Stärke. Tue ich meine SP... Nicht meine SP-Attage. Gehe ich auf jeden Fall... Ähm... Zur Schmiede und geb die Kristallschleuder ab. Toll. Ich geh ins Gasthaus. Ich hab ne neue Quest. Jetzt wird's beschaffen. Ich mag dich. Ach übrigens, ähm... Ich bin jetzt Level 18. Endlich 18. Was würdest du dir wünschen? Geld oder Gesundheit? Was will ich haben? Ah, die Frage... Ich würd Gesundheit neben mir, oder? Ja, hast recht. Oder du nimmst Geld. Ich will aber lieber Gesundheit haben. Ja, aber wir brauchen Geld. Für die Gilde, man. Zeig einen Satz. Ich hab schon 146.000. Money, money, money. Was wünschst du dir in der Welt? Gesundheit. Viel Gesundheit ist ein großartiger Wunsch. Mein Wunsch... Die Tief wünscht sich... Den... Denen, die das Ende des Kampfes... Und Frieden... Und das Paradies. Jeder soll glücklich sein. Schön. Ach so, kacke. Habe ich jetzt erst, ähm... Die Quest für die Kristallschleuder bekommen, oder wie? Ja, die hat bekommen Level 18. Ich dachte, du könntest sie auch schon annehmen können. Kacke. Ich hab keine Lust, das jetzt nochmal zu machen. Verrat mir deinen Wunsch. Gesundheit natürlich nicht. Bis auf mein Handschuh konzentrieren. Der Fergus wünscht sich auch Gesundheit. Oder Fergus, was weiß ich. Ich auch nicht. So. So. Windplattenhandschuhe. Ja. Bullshit. Wie Quecksilberfall oder so. Wie ich gesagt habe, Bullshit. Kevin, das ist Bullshit. Was denn? Windplattenhandschuhe. Weiß ich ja nicht. Und jetzt weißt du's. Ja. So, das Geschenk noch aufmachen. Rüstungsreparation. Ja. Ratursetzung. So. Aus nächstes kommt Quai Mijal. Quai Mijal. Quai Mijal. Mijal. Das ist aber cool. Mijal. Nein. Aufgewertete Schleuder. Ich hab die aufgewertete Schleuder. Wieso hab ich die aufgewertete Schleuder? Weil du ein Homo bist. Ha. Ach. Das ist aber nicht die Wahrheit. Verdammt. Verdammt. Okay, ähm. Was kann als nächstes? Da ist ein Hund. Ein Hund. Ich lauf durch den Hund. Ja. Okay. Warst du schon bei dem Reiseladen bei der Kirsti? Ja. Was hat die gesagt? Keine Ahnung. Wie läuft's denn so? Gesundheit ist das Beste. Ah. Ah. Dann sind vollkommen in Licht. Blablablablabla. Blablablabla. Blablabla. 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 Ah. Ha. Wir brauchen Geisterfahre. Aus der Gefechtsquest Froststeine. Ah. Oh mein Gott! Was geht dir denn jetzt? Mann, die Kristallschleuder wird nicht verkauft im AH Braucht jeder bisher noch Eisböe Hast du schon wieder mal unterbrochen? Was ist? Mal wieder unterbrochen, damit es sich nicht scheiße anhört Ja Aber apropos unterbrechen Wie wär's, wir unterbrechen mal Denn ich muss kurz auf Kahn Okay Bis dann!